Viele Fakten zum neuen Opel Mokka gibt es noch nicht, aber nun kann ich euch das neue Fahrzeug endlich zeigen. Damit hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cars und dazu gesellen sich dann noch die bis dato bekannten Informationen natürlich. Lehnt euch also zurück und genießt gemeinsam mit mir die Wiedergeburt einer ehemals so starken Marke. Das hier ist der Anfang, der Anfang einer Erfolgswelle, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, was wissen wir? Wir haben ein SUV, sprich wir haben eine hohe Sitzposition und auch wenn es den neuen Mokka mit klassischen, also fossilen Antrieben geben wird, kommt das Fahrzeug auch mit einem E-Antrieb und das von Anfang an. 100 kW Leistung, das sind, wenn man umrechne, Mark 136 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment und den Antrieb kennen wir schon richtig aus dem Konzern. Alles entspannt also an dieser Seite. Wie schon im Teaser-Video angesprochen, zeigt der Opel Mokka das neue moderne Markengesicht. Unter uns, wenn die das wirklich durchziehen, dann ärgert man sich bei GM aber doppelt und dreifach schwarz, denn das Design gefällt mir ausgesprochen gut. Ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Astra und Corsa-Modelle. Der neue Mokka ist mit einer Länge von 4,15 m genau 12,5 cm kürzer als die Vorgänger-Generation. Opel ist es wichtig, dass ihr nun wisst, dass der Radstand dennoch um 2 mm, ich wiederhole, 2 mm verlängert wurde. Der neue Mokka kommt also mit viel kürzeren Überhängen an der Front 6,1 cm und am Heck 6,6 cm. Dafür 10 mm breiter und bei einer optisch gestreckten Silhouette für die laut Opel perfekten Proportionen. Dadurch stechen die 18 Zoll Räder kraftvoller denn je hervor. Der Mokka bietet Platz für 5 Personen, wobei ich hinten in der Mitte vermutlich nichts setzen mag, und ein Ladevolumen von bis zu 350 Liter. Der Innenraum präsentiert sich digitalisiert und gut vernetzt. Wie immer lassen sich die wichtigen Dinge nach wie vor über Bedientasten steuern, sodass der Fahrer nicht durch die Suche in Untermenüs abgelenkt wird. Alle Mokka-Modelle verfügen bereits serienmäßig über LED-Lampen an Front und Heck, eine elektrische Parkbremse und Verkehrsschilderkennung. Auf Wunsch sind weitere Hightech-Systeme wie der automatische Geschwindigkeitsassistent ACC, also Adaptive Cruise Control, der aktive Spurhalteassistent, sowie die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera oder aber auch die blendfreie Lichtautomatik verfügbar. Als erstes Modell in der Opel-Geschichte fährt der neue Mokka direkt ab Marktstadt elektrisch vor. Ihr kennt die Vorteile in der Elektromobilität, oder? Unmittelbares Ansprechverhalten, Agilität und Dynamik. Dazu fast lautlos und lokal emissionslos. Der Fahrer kann je nach Bedarf und vor allem nach Laune zwischen den drei Fahrstufen Normal, Eco und Sport wählen. Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit liegt bei Tempo 150, um den Verbrauch der gespeicherten Energie zu schonen und die Reichweite zu gewährleisten. Im Normalmodus lassen sich im Mokka-E bis zu 322 Kilometer laut WLTP-Zyklus und jipp, dieser Wert ist erstmal vorläufig, zurücklegen. Mit Eco lässt sich die Reichweite weiter optimieren. An einer 100 kW Gleichstromsäule, dafür ist der Mokka-E-Ring serienmäßig ausgerüstet, Grüße an die Marktbegleiter, kann die 50 kWh große Batterie in 30 Minuten per Schnellladung bis zu 80% wieder aufgeladen werden. Warum eigentlich immer dieser Wert bis zu 80%, danach dauert es länger. Es ist einfach so. Egal aber, auf Wallbox, Highspeed-Sharting oder Kabellösung für die Haushaltssteckdose, der neue Mokka-E ist auf alle Ladeoptionen vom einphasigen bis zum dreiphasigen Laden mit 11 kW vorbereitet. Was mich eher überzeugt, ist die 8-Jahres-Garantie auf die Batterie, denn die dürfte ja immer noch die Schwachstelle im System bzw. das Bauteil sein, welches am ehesten Probleme macht und dann schnell ins Geld geht. Hier nimmt Opel dem Käufer also für 8 Jahre die Sorgen. Das sorgt definitiv für weniger Sorgenfalten im Gesicht. Ja, kommen wir zum Preis. Den habe ich noch nicht, aber es muss bald soweit sein, denn ab Spätsommer 2020 sollen sich die Bestellbücher öffnen. Ab 2021 soll der neue Opel Mokka im Handel stehen und neben dem Elektroantrieb kommt dieses Fahrzeug, wie erwähnt, auch mit Benzin- und Dieselaggregaten. Und jetzt die Frage an euch. Hot or not, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst, das Volkswagen ist keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao.